So Leute, herzlich willkommen, ich bin zurück und zwar, wir haben heute Sonntag und gleich geht es wieder auf meinem Weg Richtung Bayern. Nichtsdestotrotz wollte ich noch eine letzte Einhandel machen, weil heute die ganze Zeit ein Umzug anstand. Der ein oder andere weiß, ich ziehe momentan um. Alles ein bisschen stressiger, alles ein bisschen aufwendiger, kräftemäßig, naja. Mir ging es schon mal besser, aber das soll natürlich keine Ausrede darstellen. Hier im Hintergrund sieht man natürlich Nils. Nils kommt auch gebürtig aus Göttingen und wir trainieren jetzt im Kraftwerk. Also Kraftwerk für mich ein sehr geiles Studio. Herzlichen Dank nochmal an Uwe, anderen Studioleiter, der das Ganze realisiert hat. Und ja, wir filmen das Ganze heute. Heute steht bei mir ein gewöhnliches Brusttraining einfach nochmal an. Keine besondere Thematik, keine besondere Technik. Es soll einfach nochmal neue Reizsetzungen sein. Das heißt, vielleicht ein bisschen spüren mit den Intensitäten. Wenn der ein oder andere schon mal gesehen hat, das On-Off-Video, also Dehnen und Stretch, das ist momentan sehr aktuell bei mir auf dem Channel. Das sind wirklich neue Arten. Und in diesem Sinne, ja, wünsche ich euch viel Spaß. Vielleicht die ein oder anderen neuen Übungen dabei oder die ein oder anderen Bewegungsausführungen. Wir sind's. ... ... Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.